So, jetzt kommt die Titanenböller mit Blitzknall. So, jetzt komme ich zum Fazit von den Titanenböller von Wiko und dazu muss ich sagen, es sind zwar für 3 Böller 1,99€, aber es ist halt mal was anderes. Es sind zwar nicht so laut wie die kubischen Kanonschläge, die es zu kaufen gibt oder andere Kanonschläge, aber für 1,99€ kann die Titanenböller sich schon mal gönnen und es ist halt eine Kaufempfehlung von mir, weil der Titanenblitzknall mal was anderes ist. So, das war es mit dem Fazit von den Titanenböller, bis zum nächsten Video und Tschüss.